Du musst dich mal muten, wenn du im Hintergrund rumraschest, während des Gerichtsdienstes. Ich bewege mich nur. Entschuldigung. Ah, jetzt haben wir diese Rahmen hier. Jetzt kann ich doch auf den Turm nochmal. Ja, ja, aber sie sind aus Metall. Geh, woher wir spielen, Cody! Okay, smarte Pans. Die Turm sind nicht Maschinen. Die fliehen Maschinen. Ich kann das nicht mehr aktivieren. Lass uns das mal machen. Äh, konnte man hier irgendwie runter wieder? Oder von den Dingern? Man kann glaube ich einfach absteigen. Ah ja, wenn man gelandet ist. Oh nein, der ist... So haben sie dem entgegengelegt. Man kann das nicht mehr aktivieren danach. Das ist schade. Ich wollte auch noch mal oben draufstehen. Hey, das sieht so aus wie ein Minigame. Wo ist ein Minigame? Bei mir. Wo bist du? Random entdeckt. Genau hier unter dir. Hey, nicht weg. Okay. Schade, ich kann nicht einfach abspringen. Nee, geht nicht. Du musst landen. Sturzflug. Verfolge den Zeitblasen und erreiche das Ziel. Okay. Äh, warum sind die Bomben auf mich? Ich dachte, das war nur ein Rennen. Ich glaube, es wird ein Explosives sein. Oh Mann. Äh, was passiert? Nicht explodieren, nicht explodieren. Bleib auf dem Weg, Cody. Ich habe keine Blasendinger für das. Ich werde nicht explodieren. Ich werde nicht explodieren. Bitte. Du machst mal einen tragischen Fehler. Nein, das ist eine Blase. Voll eine Blase. Schon verloren. Der ist natürlich die Trampoline überall hier. Ich habe schon verloren. Ja. Ich bin einfach schneller als du. Ist ein blödes Minispiel. Ja, ist halt ein Rennen, ne? Ja. Okay, wo geht es hier weiter? Äh, das hier dürfte wahrscheinlich das Endziel sein. Nö. Ja. Jetzt haben wir nicht das. Oh. Da kann die Vögel übrigens auch herbeirufen einfach dann. Ah. Genau so. Ich habe deinen Vogel geklaut. Nein. Ich sitze auf meinem. Oh, da oben auf dem Dach gibt es noch irgendwas, oder? Ich fliege gerade schon zu Quest. Äh, cool. Kann man hier außerhalb der Map sein? Ja, kann man. Ich fliege gerade zu Dingen, wo man nicht hin soll. Okay. Oh, schade. Da müssen wir aber gemeinsam ran, leider. Schön. Kann ich hier landen? Ist die Frage. Nein, kann ich nicht. Schade. Lass uns mal das Energiefeld ausmachen. Ja. Sieht aber echt cool aus hier alles. Immer rauf da. Oha. Ja. Rein geht's. Ich glaube, da musst du was machen, oder nicht? Nee. Aber wir müssen in der Zeit, in der richtigen Zeit darüber. Hallo. Du zeigst jetzt auf blau, dann gleich auf grün. Wir müssen uns Zeit lassen. Warte, 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 warte. Und jetzt? Ich kenn kein Zeit lassen. Zeit lassen ist ein Gerücht. Ich bin drüben. Ich nicht. Ich geh dann schon mal vor. Genau. Na, jetzt. Oh nein, scheiße. Wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Jetzt mal blau. Nein. Bisschen darüber zu grün, irgendwie. Lass oben. Lass oben. Lass oben. Verdammt. Lass oben. Rüber zum grün. Hey! Hier hab ich einen grünen Knopf. Ah. Ich kann das grün machen. Ich kann das zweite grün machen. Cool. Das... Das dritte kann ich blau machen. Ja, alles klar. Grün. Nein. Was? Oho! Nein. So nicht. Er sagt wahrscheinlich, wenn du blue trochst. Das nächste ist dann wieder blau. Grün. Zack. die falsche zeit ich lasse mir einfach keine zeit ich kann sowas nicht und jetzt warte das nächste ist genau das braucht man das nicht du musst war auch grün noch ein bisschen was droht nicht ja ich weiß dass das ist rot werden Ups du sollst dann vom Knopf wenn ach es ist egal du musst drüber auf den nächsten auf den nächsten Brot du kannst der die mal kurz am Knopf runter nee geh mal ja du kannst du auch einfach eine Farbe kommt aber dann fällst du ja runter warte geh du weiter kannst du jetzt warten warte 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 und jetzt auf das rote Lech ist rot so jetzt hier jetzt geh auf blau warte ich bin noch nicht auf blau ja so schnell aber die Zeit ist vorbei platziere doch ein Klon da das macht Sinn weil der bringt glaube ich nix äh ja aber du kannst dich dann schnell hin porten sie macht grün warte 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 mach rot und jetzt laufe dich das ist was nur so darüber muss ich ja jetzt einmal rüber ich komme da nicht rüber das ist blöd ich habe jetzt blau rot rot grün ich muss da irgendwie wie komme ich zu dir rüber ich habe keine Ahnung hätte ich gesagt achso vielleicht hier nein da kannst du einfach nur wieder rüber oh muss ich irgendwie zu dir rüber ne quatsch du musst mich jetzt noch irgendwie rüber bringen ach ich kann jetzt kontrollieren ich kann jetzt kontrollieren das habe ich blau dann machen wir machen wir rot ja 3 2 1 und rot lass bei rot mach auf grün 3 2 1 grün und nice sehr schön bin da so geht's ja und auf geht's gute beinarbeit gute armenarbeit sieht putzig aus oha glühbirnchen bomber glühbirnchen glühbirnchen hey ich habe mein vogel da oben geparkt ne die sind jetzt hier die drucken kommt schade hat mir ein vogel oben geparkt ich denke wir können sie benutzen benutzen sie? was für? ich bin verlebt ich habe keine Ahnung die umgekehrt die sind er kriegt die die der der die der Wo sind die Bomben? Überall! Wir sehen hier keiner. Weiter oben. Hier zum Beispiel. Was sind das die hier? Die leuchten Punkte? Ja, das ist... das macht Sinn. Ich hab alles alleine gemacht. Und zack. Nein, ich kann die Bomben nicht werfen. Ich bin verbrutzelt. Wie wirft man die Bomben? Wie wirft man die Bomben? Mit rechter Maustaste zielen und mit linker Maustaste feuern. Wie üblich. Warte, wo bist du? Ach, da drüben. Ich bin bei der anderen Challenge. Wir haben den ersten Turm geschafft. Ich bring eine Bombe mit. Versuch mich mal zu sprengen. Vielleicht gibt es noch ein Schiff mit. Moment. Versuche ich. Moment, ich bin an der Seite. Ich bin hier. Ziele schon. Ja. Nee. Nicht schlecht gezählt. Soll ich noch eine neue holen? Das dauert ein bisschen. Ich hab eine. Flieg mal schön hoch und du kannst auch in der Luft stehen bleiben. Hm, ziehen, 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 ziehen. Sniper mäßig. Nee, trifft dich nicht. Ist egal. So genau ist der Schuss nicht. Kannst nicht so gut zielen. Hübsche Armarbeit. So, versuchen wir jetzt die zweite Challenge. Ich hab keine Ahnung wie die geht. Wir werden sehen. Ich hab auch keine Ahnung was auf uns zukommt jetzt. Wahrscheinlich wieder was ähnliches. Wir haben so ein Ding. Wir müssen das in der richtigen Reihenfolge machen. Hund, Biene, Mond, Katze, Vogel, Sonne. Oh, ein Hund! Es ist nur eine Skulptur. Creepy als hell. Ach, das ist der Hund, vor dem du dich immer erschreckt hast. Platzier einen Klon. Nein. Es bringt nichts, wenn ich tot bin, ist der Klon auch weg. Oh. 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 Ja, das, sorry. Warte nicht, komm zurück. Nein. Scheiße. Es bringt nichts, wenn ich auch. Im Sterben ist der Klon auch weg. Ja, das ist eine Tatsache. So, jetzt bote ich rüber und spring durch. Durch dort. Ich bin in einem Uhrenraum. Ah. Okay, warte. Du musst dann auch in der richtigen... Um eins, um zwei, um vier, um sieben, um... Okay, als erstes, wenn ich das richtig interpretiere, als erstes die Biene. Immer auf die Biene, bitte. Biene, okay. Biene? Okay, dann Vogel würde ich sagen. Um drei, dann würde ich sagen, ähm, äh, Katze. Das ist die Frio. Ähm, dann Mond. Dann Hund. Und dann Sonne. Sehr nice. Ich glaube, du hast es richtig angesagt. Wie weil es nach den Uhrzeiten war. Du musst es einfach nur die richtigen Uhrzeiten. Ich dachte, ich würde Zeit für dich machen. Das war leicht. Jo, das war die leichte Challenge. Überwiegend, weil wir hier nicht springen mussten. Jo, jetzt müssen wir bomben. Lass mich jetzt mal bomben. Ich lass dich bomben. Wenn du schnell genug bist. Wenn ich nicht, deswegen sagt ich's. Ich hab noch keine Bombe, da hab ich ne Bombe. Und ich hab grad zwei schon reingeballert. Und ich hab die dritte. Schade. Die dritte war meine. Schau, diese weine Bubble ist weg. Da geht's weiter. Lass uns mal irgendwo am Anfang, irgendwo, weiter weg landen. Nö. Über die Strecke mitfahren. Okay, dann landen wir mal. Ja stimmt, wir könnten eigentlich ganz am Anfang von dem ganzen Level landen. Hier, können wir durchfahren. Ne, da ist die Tür weg. Ne, können wir nicht. Hast du die Tür geöffnet? Ne, warte mal da. Warte mal da. Du willst mich nur zerbomben. Ja. Versuch's doch. Wolltest du das vorhin auch? Ich kann nicht, wenn du nicht still stehst, dann kann ich dich nicht landen. Okay, kann ich nicht landen? Warum kann ich nicht landen? Das ist ja blöd. Nix, bei den Puppen. Wir sind... Achso, stimmt. Ja, gut. Nix, bei den Puppen, das mal landen. Ich laufe halt den Weg zurück. Also hier können wir einen Anden. Latsch zurück. Wir müssen eh zu den Figuren, glaube ich. Ich kann nicht schwingen. Ja, gut. Dann laufe ich halt. Ich laufe auf dem... Ich fliege lieber. LOL. Okay. Ach so, die Figuren sind dort drüben. Ja. Ich laufe hier durch den Wald gerade zurück. Das ist natürlich ein bisschen... Weil ich dachte, die Figuren sind auf der anderen Seite dort. Nein, sind sie nicht. Ich habe da mal irgendwas gesehen. Wahnsinn, ach nee. Hier war irgendwas. Okay, ich mache dann schon mal das Level weiter. Das ist, glaube ich, alleine gar nicht. Doch. Ja, aber was habe ich hier gesehen? Du hast irgendeine Scheiße gesehen. Gut, dann komme ich zu dir. Warte auf mich, ich bin schon da. So, was machen wir jetzt? Ah, hier gibt es eine Wand. Da müssen wir... Ich sagte eigentlich, die Tür öffnen. Hier müssen wir auf die Wände hoch. Müsst ihr eventuell da unten rein? Hier müssen wir auf... Guck mal, hier gibt es eine Sprungwand. Ich gucke gerade erst mal was nach, Moment. Irgendwas scheint es hier zu geben. Nein, hier kommst du nicht rein. Oh, ja, ist jemand. Ach, okay. Du musst auch springen. Wenn wir parallel gleichzeitig springen, dann... Jetzt sind wir gleich getroffen, in der Mitte. Genau so. Alles klar. Ich mag nicht diesen Geräusch. Wir müssen wirklich sie folgen? Ja, aber wir werden nie davon rauskommen. Okay. Mädels, erst. Oh, so ein Gentleman. Was für ein Gentleman. Jetzt muss ich natürlich mal wieder vorgehen. Das war eine Falle. Natürlich war es eine Falle. Eine Falle. Eine Falle. Eine Falle. Tür, genau genommen. Eine Tür volle. Hier klappert irgendwas extrem. Mach irgendwas. Was soll man machen? Du kannst die Zeit anhalten. Platzier an der Wand ein Klon und geh hinter. Und porte dich hinter die Wand. Nicht an die Wand, an die. Aber wie? Warte, bis er durch ist und jetzt porte. Wie soll das funktionieren? Wie stellst du dir das vor? Mach das einfach nochmal. Jetzt platzi ein Klon. Gut, warte ein bisschen. Jetzt geh hinter. Okay, ich bin mit der Tür. Jetzt hat die Vogel kaputt. Wow. Ich dachte, wir würden es nicht machen. Almost? Okay. Ich dachte, wir wären fertig. Und wir haben es geschafft. So weit haben wir es geschafft. Gut, aber da gab es auch echt nicht viel mehr, was du hättest tun können. Ehrlich gesagt. Drehen, drehen, drehen. Schied irgendwas hier? Ja, es passiert. Pass hier, pass. Ja. Wir kommen hoch. Wir kommen hoch. Ja, dachte ich auch. Ja. Hey, cool, mechanische Parts. Mit einer realen Funktionität. Das ist schön. Das wünscht mich nicht. Es macht keinen Sinn. Warum musst du immer Sinn machen, alles zu machen? Irgendwas klappert bei dir so im Hintergrund, Moni. Ich bin hier nicht allein. Wenn irgendwas in der Nähe passiert, dann hört man das leider. Da kann ich nicht viel machen. Das tut mir auch leid, aber ich habe auch Grenzen. Ich habe leider kein Büro, in dem ich arbeite. Das hört sich nur seltsam an. Tja, entschuldigung, dass ich nicht alleine bin. Das wünscht er relativ bald ändern. Und einfach. Okay, das sind die beiden. Was müssen wir hier machen? Okay, bringen wir die hier weiter. Okay, hier können wir weiter. Glaube ich, oder? Ich kann auf jeden Fall irgendwas hier machen. Ich kann hier auf jeden Fall irgendwas tun. Okay, komm auch mal hoch. Irgendwas scheint das wohl zu bringen. Ah ja, wir sind im großen Loch im Turm, oder was? Ja, wir sind im großen Turm. Wo sind wir hineingeharten? Okay. Okay, ich muss dich hier irgendwie durchbringen. Na dann. Ich bin drauf. Ja, platziere dann vorne einen Klon. Was soll das bringen? Ach so. Ja. Weiter. Ja, okay. Jetzt sind ein Klon platziert. Ja. Springen. Äh, hättest du nicht machen müssen, glaube ich. Ich müsste hoch irgendwie. Warte, bring mich mit dem hoch. Bring mich mit dem hoch. Warte. Warte, ja. Ah, doch. Ja, ja, okay. Geh auf die Plattform. Jetzt kannst du springen. Ich dachte nicht, dass das reicht, aber okay. So, hier kannst du auch springen, oder? Ja, kann ich. Ich muss dir hier die Plattform, glaube ich, ranbringen. Oder? Ja, du musst mir die Plattform ranbringen, die ist dort drüben. Ja. Jetzt, hier, haps. Okay, jetzt geh auf die Fläche. Und die kann ich jetzt dir weiter drehen. Dreh, 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 dreh. Du weißt, wo man das bringen soll. Du gehst grad weiter rüber. Okay, geh ich wirklich weiter rüber? Ja, stimmt. Du kannst auch die Kamera bewegen, glaube ich, oder? Dreh, 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 dreh. Du kannst schon springen. Das sah von mir aus, aus meiner Perspektive, so aus, als würde ich nichts machen. Das würde ich nicht vorankommen. Okay, ich habe so ein Ding hier. Ich habe auch 100% nur auf dein Bildschirm jetzt geguckt und nur mit A und D gesteuert. Macht Sinn. Okay, ich bin hier und ich habe einen Schlüsseldings. Alles klar. Ich glaube, wir brauchen aber noch einen zweiten irgendwoher. Ja, wahrscheinlich von der anderen Seite, oder? Konzept nachzuurteilen. Ich glaube, wir müssen jetzt runter wieder. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen wieder runter. Weil hier ist jetzt nur die eine Challenge. Ich bin hier und ich habe einen Schlüssel. Ja, dann geh runter. Dann zurück dort hinten. Na toll. Ja, du hättest auch einfach den normalen Weg lang gehen können, aber. Wenn du unbedingt springen willst. Jetzt einen normalen Weg. Ja. Den da rechts neben dir. Aha. Die Leitung. Nein, dann hopps. Okay, ich glaube, der Schlüssel muss hier rein, oder? Ja, ich glaube hier. Ja. Alles klar. Und dann auf der anderen Seite. Ja, ich hatte recht. Ah, du hast da auch einen Schlüssel, oder was? Vermutlich einen für mich, ja. Oder auch noch einen für dich, kann ich jetzt nicht genau sagen. Mal schauen, ich komme rüber. Ja, noch einen für dich, offensichtlich. Na dann, bin lechter. Okay, was kann ich hier vorne kontrollieren? Oh, schau. Das ist ein Käfig. Ja, äh, ich kann erst mal dir den Weg hier freimachen. Moment. Was soll ich machen? Hier an der Seite. An welcher Seite? Bei mir. Die Kisten. Okay. Da kannst du mal eine Sprengung machen. Dankeschön. Immer wieder gern. Oh, da oben kann ich noch irgendwas machen. Was kann ich da machen? Lässt mich vielleicht erst mal hoch. Ich muss erst mal gucken, was überhaupt hier geht. Das machen wir nicht rum. Okay, ich kann dir da die Dinger bröseln lassen. So, nächstes ist das hier. Ah ja, jetzt hier kann ich nicht rüber. Ja, sag Bescheid, wenn du springst. Jetzt. Reicht schon. Jetzt kannst du hier diese große, die, das Ding hier, irgendwie. Kannst du mich schleudern oder so? 3, 2, 1. Nice. Ja. Jetzt kann ich hier in den Rats drehen. Achtung, jetzt kommt hier gleich eine, muss das da durchrehen. Äh, ja, weiter. Weiter geht's nicht. Okay, hast du? Jetzt muss das da durchrehen, wahrscheinlich. Nein, tatsächlich. Ich kann hier oben nichts mehr machen. Ich gucke gerade. Autsch. Ah, vielleicht kann ich da einen Doppelgänger rein... Äh, warte, warte, warte. Ja, kannst du. Doppelgänger reinstellen und der ist dann im Käfig. So, warte, mach runter. So, ich bin gefangen. Wie kriegen wir mich jetzt wieder raus? Lass mal fallen. Nein. In dem du Doppelgängerplatz jetzt nicht wieder rauspottest, aufs dieselbe Weise, wie du hinkamst. Okay, um die Schlüsse kommen mit, macht Sinn. Ja. Okay, logisch ist das nicht, aber was sollst. Du bist gerade in einer Kuckucksuhr, in der sich ein deutsches Dorf befindet. Okay, gut. Und bist gerade auf Metallvögel geflogen. Und du redest dir von Logik? Okay, ich glaube, wir können jetzt beide drehen, hier was? Okay, ich bin schon, ich bin schon hier. Warte auf dich. Okay, was genau? Äh. Ich drücke alle Tasten, aber es passiert nichts. Wie genau können wir die drehen? Keine Ahnung. Sollen wir mal Seiten wechseln? Fehlen da vielleicht noch andere? Ich fahre hier gerade in ein Loch. Hm. Okay. Seltsam. Komisch. Ich bin in einem Loch. Ich glaube, wir müssen sie so drehen, dass das spät über dem Loch ist, aber ich habe keine Ahnung, wie wir ihn drehen. sie auch kennt das geht ja funktioniert hinter zurück mehr das der steuerung mal eben kurz moment muss das mit uns auch nicht das tut es auch nicht was haben wir das noch nicht ich habe meine spielstellung und was man nicht zugewiesen was jetzt hier ja ich gucke gerade it takes to block tower was haben wir denn da stunde 13 haben andere leute gebraucht das ist der große typ hier ist der große typ das haben wir gerade gemacht was müssen wir machen wo ich gucke gerade wo ich bin schnell am loch ja zweite challenge haben wir auch gemacht in derselben reihenfolge sehr schön die sind deutlich schlechter als wir ich sehe hier noch so ein ding noch so moment beide hier rein aber wir müssen das zu zweit machen haben wir doch gerade an einem ok cool das muss man aber auch erst mal wissen muss man erst mal drauf kommen ja also sorry ups na gut wir haben den vorherigen auch zu zweit gedreht den not der ja ok das ist das falsche müssen genau andersrum drehen müssen genau den anderen drehen hier wir hätten es eigentlich wissen müssen wir wir haben den ersten der das tor geöffnete auch zu zweit gedreht also man kann drauf kommen ja haben wir haben wir man kann drauf kommen aber es ist halt ein bisschen naja eine anzeige dafür wäre es halt wer hat schon ein bisschen schöner jetzt sagen würde jetzt drehen wir zu zweit zum beispiel einfach zwei ein blauer gründer punkt der daran das dann mal gehört so wie bei jedem anderen mal ja ja